ja hallo hier meine lieben freunde und damit welcome back to let's play minecraft prepare for killing the monster level sorry wenn hier plötzlich league of legends musik kommt werde ich irgendwie episch genau so sieht es aus aber kann man ihn nicht nur leise machen nicht aus leise okay wir bräuchten ein bisschen level aber irgendwie schrott kein monster da deswegen würde ich sagen was soll ich jetzt nacht schieten wir machen mal ein level dann gucken mal ob das reicht ja los multiple hatte wieder nach was laberstuhl wir spielen noch mein kopf ich höre gerade der musik zu sagen dass ich kann irgendwie so ruhig bin aber naja so bin ich habe manchmal also wieder alt gedrückt sorry ich habe es verstanden einfach nur geiles lied okay ich glaube die muss das mit kürzes geben gar keinen xp aber warum hat der ein triple kill gemacht ist nicht so gut wenn gegner ein triple kill bekommen ich weiß ich bin wieder mit meinem lol oh gott als er möchte es mir vor wem ich denn so leiden höre er ich brauche die xp also eigentlich ich brauche die xp es tut mir nicht weh aber ich brauche die xp jetzt das stimmt wohl ich tue zwar gerade nur schweine aber bin trotzdem auch nur rampage war ein level noch aber ich habe anscheinend schon alle tiere getötet dann haben wir nämlich mal unsere level ich denke die reichen dann und ich dann mach mal nochmal 1 weil jetzt ist ja nachter kriegt mir dann wieder mehr xp von den moves von den pentacle moves hallo irgendwie möchte ich das nicht mehr hören das ist doch schon viel chilliger und tolle ja hui da dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Was ist denn? Ich bann nochmal. Steht das nicht dran? Was ist spannend? Steht das nicht dran, aber dann nehme ich lieber... Ach ne, bann ist nur für Spieler, ne? Da, 27. Oh, jo. So, dann können jetzt die Endermen kommen. Ich würde sagen, wir ziehen dann los, wa? Wir nehmen uns alles mit. Halt, wartet mal ne Sekunde. Wir bauen jetzt hier erstmal alles ab, würde ich sagen. Und nehmen uns mal die Bücherregale mit. Weil ich würde sagen, wir ziehen dann los und suchen dann bald das Enderportal, wa? Warte mal. Wie scheiße, wir mittlerweile schon wieder haben, wa? Recht unglaublich, naja. So, jetzt können wir weitermachen in Ruhe. Oh, das ist jetzt wieder... Alter, wa? Ey, das... Sorry, aber... Ich halte das gerade nicht aus, das Enderportal. Ich mach gleich wieder an. Äh, Helmportal. Aber, oh, ich krieg Krebs, ey. Also, es könnte sein, dass wir nochmal... Müssen wir noch ein paar Blaze Powder für Ender Augen brauchen. Wir brauchen nur einen Blaze Powder für ein Ender Auge. Wir brauchen... Höchstens brauchen wir doch... 16? Oder 12? Oder 16? Oder 14? Ich weiß nicht. Ich muss nachher mal nachgucken. Machen wir dann ganz kurz. Und dann müssen wir halt... Dann werden wir halt einfach rumlaufen. Endermans töten. Und, ja. Dann baumen. Ne, wie gesagt, ich nehm das dann auch mit im Backpack, weil, falls man irgendwie mal was braucht, um zu zaubern. Und dann können wir halt so gesehen gleich direkt zum Enderportal halt hinlaufen. Ich werd dann wahrscheinlich noch währenddessen nur Creatures ausschalten, weil das eben auch sehr viel Spawn-Ratte von den Endermans nimmt. Deswegen werd ich die auf jeden Fall auch ausschalten, während wir dann das machen. Und, jo. Dann wird das ganz cool. Aber dann müsste ich ja einen Cut machen. Ja, dann ziehen wir schon die nächste Folge los. Dann können wir in der Folge noch ein paar Blaze Powder holen. Das ist ja auch gut. So, dann kommt die mal auch mit. Man kann nie wissen, was man braucht. Man kann nie wissen, was man braucht. So, haben wir dann alles schön kompakt dabei. Jetzt kann man auch die Musik wieder am machen. So, danke. Wir brauchen aber kein Level mehr. Aber wenn hier jetzt ein Enderman spawned, das wär eigentlich jetzt so richtig cool. Aber jetzt zu Level. Ne, danke. Danke, aber das brauchen wir dann wirklich gar nicht mehr. Ich hab grad so ein bisschen nachgedacht, sorry. Ob mein Boost, der nachher in die Schule fährt, rechtzeitig da ist. Und ob der auch wirklich fährt, muss ich nachher nochmal sicher nachgucken. Weil steht das so in den Internet. Aber bei uns geht's manchmal Rufbus. Und deswegen lauf ich hier nachher zur Bushaltestelle von meinem Haus. Die ist zwei Minuten weg. Und dann muss ich da kurz mal drauf gucken. Irgendwann, wenn dann da so steht, ja, Rufbus, die müssen sie eine Stunde vorbestellen. Sollte ich den, hätte ich den schon vor 10 Minuten bestellen sollen. Und das wäre dann so ein bisschen unpractisch. Dann werden die schon Enderperlen überhaupt eigentlich. Neu. Okay, ich glaub, wir müssen doch nicht mehr in die Hölle. Okay, lass mich mal ganz kurz googeln, bitte. Halt da oben, liegt doch. Oder ist sogar noch das offen. Da, Donau-Iller-Nahverkehr. Von... Nee, da. Von... Bahnhof zu... Rosenstraße. Dann von... Rosenstraße zu... Busbahnhof. Und dann sind wir schon in meinem... In dem Dorf, wo meine... Oder in der Kleine von meiner Schule ist. So viel googeln nach... Minecraft... Äh... Ender... Portal. So, jetzt wie viel brauchen wir denn dafür? Äh... Ender-Portal. Das Ender-Portal... ...hat Maße von 5x5 Blöcken und besteht aus 12 Ender-Portal-Rahmenblöcken. Das heißt, dass wir dafür auch 12 Ender-Augen brauchen. Also 12. Okay, gut, das zu wissen. Und wir haben 9. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt noch keine, sondern mit 9 versuchen wir erstmal dahin zu finden. Und dann können wir die Ender-Dings, die Ender-Männer noch nachher töten. Aber wir sollten auf jeden Fall... Ach, das Essen reicht, als wenn es nur wenig ist. Jetzt jedenfalls, wenn es nur wenig Essen gibt, aber es reicht schon. Wir nehmen uns gerade nochmal ein Stack Erde und ein Stack Koppel mit. Und was wir hier noch drin, haben wir das erstmal rausgeworfen. Gib mir mal bitte alles. Oh, halt, das bleibt natürlich drin. Das sollte klar sein. Wir nehmen uns dann noch eine Workbench mit auf jeden Fall. Und dann geht die große Reise auch schon los. Sorry. Aber ich war gerade irgendwie so ein bisschen melancholisch, weil wir... Es kam gerade voll die melancholische Musik und jetzt kommt einfach hier... Yeah, beat me, beat from the Pony, ja. Gut, bei the Pony läuft ja gerade... Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge das gerade ist, weil ich ja überall irgendwie was vorbereitet und hochgeladen habe schon und... Schon so ein bisschen chaotisch teilweise, wenn man so viel vorproduzieren tut. Aber das ist gut. Klammernkohle wird es uns auch nie wieder machen. Was haben wir jetzt da gerade reingetan? Federn. Die können da jetzt nicht gerade rein, halt. Federn ist ja Mob-Trupp. Ich denke gerade ein bisschen. Ja, ich kann auch denken. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein Stück Koppel mit, wie gesagt. Wir haben dann doch ein bisschen wenig Koppel. Ja, so würde ich dann schon fast gehen. Wenn wir noch gerade mal die Level abstauben. Du dann da rein. Ihr zwei da rein. Und ich möchte vor allem nicht dann... Oder braucht man einen... Ach, man braucht doch auch Ende-Augen, um zu gucken, wo man hingeht, ne? Ja, dann brauchen wir ja sowieso Ende-Augen. Ich spaß die. Ja, dann... Braucht man eigentlich Lohnrouten für irgendwas, außer für einen Braustand? Ach, egal. Ich möchte auf jeden Fall nicht losgehen, wenn es pisst. Ich glaube, bin ich gerade überhaupt im Dingsbums? Ne, bin ich nicht. Und Nachtisch ist auch, ne? Ja, das ist gut, weil dann können wir da gleich ein paar Endermen. Obwohl, ne. Wir laufen jetzt erst mal so los und versuchen dann... Suchen dann gezielt Endermen in der nächsten Folge, wenn ich dann immer Creatures aus habe. So ist am besten. Okay, ja, dann würde ich sagen... Laufen mal ein bisschen auf so eine Felde und werfen die dann da, ne? So jetzt... Und zwar hier... Okay, in die Richtung. Komm, zurück, komm. Schon noch weiter oder bleibt ihr hier jetzt stehen? Ne, okay. Ich habe gerade schon gedacht. Wir können laufen mal ein bisschen in die Richtung. Wir werden wahrscheinlich auch ein Boot brauchen. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen Holz holen, wahrscheinlich. Wir müssen überall... Wir müssen überall Alpha-Bäume. Ich kann doch jetzt keinen Alpha-Baum abholzen. Ihr würdet mich ermorden. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Dann können wir den kurz abholzen. Wurde ich vielleicht sogar da noch Holz drin? In der einen Kischt. Hey, ich habe dir nichts getan. Lass mich in Ruhe. Ist hier noch Holz drin? Ne, aber voll viel Essen irgendwie. Ich bräuchte Holz. Hast du Holz vielleicht bei? Du machst mir frei Schaden? Verpiss dich, ey. Weißt du, ich will ihn ja nicht mehr töten, aber... Ich greife dich jetzt an. Stirb. So, haben wir mal das hier. Wir haben keine Warpitch mitgenommen, ne? Ne. Wir wollten eigentlich, aber wir haben nicht. Warum? Weil das weiß keiner so genau. Hier, by the way. He, Patrick, dumm. So. So. Müssen wir auch wirklich aufs Wasser raus? Ja, scheint so. So, dann fahren wir mal, ne? Und wir machen uns auf, um das Ender-Portal zu finden. Ich fahre jetzt, sollen wir jetzt einmal quer drüber fahren, oder? Also, wir fahren uns mal ein bisschen, dann werfen wir mal nochmal. Awaypoint nach Hause haben wir noch, oder? Gut. Ja, doch, wir haben sogar echt noch eine zu erkundene Höhle. Wir haben sogar echt noch eine, noch zu erkundene Höhle. So. So spricht man das aus. Und so machten wir uns auf den Weg, quer übers Meer, um den Ender-Drachen den Arsch zu polieren. Wir werden das ganz bestimmt schaffen. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal gerade, wo wir sind, ob wir jetzt irgendwie in eine Richtung müssen. Aber ich würde jetzt gerne auf einem Stück Lampen machen. Ach, komm. Okay, weiter. Komm zurück. Halt, nein. Na, jetzt müssen wir aussteigen. Halt. Rechtsklick, ja. Hallo, ich wollte doch nur die Ender-Palle holen. Wo liegt die jetzt? Ich sehe die nicht. Da. Hä, lol. So. Können die Städte wieder anmachen? Welche Richtung war es jetzt? Die, okay. Nein, die. Okay, die, wo mein Schiff jetzt steht. Merken. Oh, hier sind wir. Ich kriege Krebs, ey. Oh, lol. Wir haben einfach mal... Oh, da hinten wäre sogar Land gewesen. Ist das viel Land oder wo kann man da vorbeifahren? Nee, da musst du vorbeifahren, ne? Ja. Ja. Dann hier hin, wa? Ich hoffe nicht, dass es irgendwo unter Wasser steht. Das würde mich irgendwie ankotzen. Oh Gott, hier kommt... Äh, halt, stopp! So, gut. Und jetzt muss ich noch da hochbauen und alles baue. Ich kriege Krebshilfe. Oh, hoch, 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 hoch. Gib mir mal die Erde. Die haben wir nicht erst lange in der Erde mitgenommen. Nur die hat jetzt schon jetzt ihren Grund schon erfüllt. Und so suchen wir nach... Dem Ende. Potalski. Ja, ha, ha, ha. So sieht das halt aus. Hier ist ein Dschungel, habe ich gar nie gewusst. Das ist so unglaublich toll und super. Sexophon... Da, 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 ich brauche was zu essen. Wer hat da gerade einen Orgasmus? So. Oh, alter Krebs. Hat es mich erschreckt voll. Aua. 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 Ah. Sorry. Ich gehe bei den League of Legends-Liedern immer ab. Beziehungsweise bei der LCS-Playlist. Lauf jetzt mal ein bisschen in den Dschungel rein, dann werfen wir noch mal eine Ender-Perle. Oder ich würde sagen, wir werden... Ja, wir finden jetzt eine. Na, guck, wir laufen nämlich schon ein bisschen falsch. Nicht kaputt gehen. Yay. Aber genau in die Richtung müssen wir okay. Wir werden es nachher noch gleich mal eine werfen, wenn die Folge zu Ende ist, dass ich mich dann in die Richtung ausloggen, der wir nächste Folge laufen. Aber dieses Wasser, ey. Ich hoffe auch nicht, dass das Ender-Portal allzu weit weg ist, weil das kann man ja davon nie wissen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Die Ender-Drache, dann endlich auch mal zu ficken. Geil, Ende, Drache. Nach zwei Minuten geht die Folge. Halt, Upsala, das wollte ich nicht. Jetzt baue ich mich hoch. Ich bin aber auch lang nicht mehr rumgelaufen. Ey, fällt mir gerade mal so auf. sorry war ob sie hoffentlich laufen auch in die richtige richtung aber wir werfen erst eine eine perle wenn diese folge vorbei ist und das ist sie jetzt noch nicht so ich weiß gar nicht ob ich noch richtig davon laufen ist einfach da hoch zu den bäumen und dann machen wir beendigung ob sie das weiß ich nicht ganz so geplant sorry muss ich gerade an wie will rock you denken rock you rock you rocken rocken ja so und jetzt enderpelle geleitet uns den weg für die nächste folge warte mal kommen wir da nicht her ich glaube wir sind schon vorbeigelaufen gut das werden wir in der nächsten folge erfahren weil ich weiß nicht wollen ob jetzt wurde ich aber dann ist ja irgendwo hier weil wir sind daher so gesehen her gekommen ja ich bin mal gespannt ob es vielleicht sogar schon hier ist dann wäre es ja gar nicht so weit weg von zu hause wie weit wäre es denn dann oh ich wollte jetzt eigentlich gerade mal wird wer sind dann weg vor allem wurscht eigentlich unsere mini map mir fällt gerade mal so zu minima für die es wäre dann nur wie weit ist denn das weg kann ich gar nicht lesen egal auf jeden fall schon doch bestimmt auch ein bisschen weiter weg auf jeden fall werden wir dann gucken ob es vielleicht sogar wirklich schon hier im dschungel ist wenn ich da muss man auch ein bisschen laufen hallo kleines leoparden kind auf jeden fall danke fürs zuschauen von der folge links der folge und zu bleiben und ich würde mich aber über eine positive bewertung oder über einen kommentar freund ich weiß ich richtig ganz ehrlich habe ich habe bock drauf auf jeden fall danke fürs zuschauen von der folge wünsche noch einen schönen freitag wir sind dann am montag wieder wenn wir vielleicht sogar schon das enderportal finden und das ist noch zu sagen außer tschüss id sieh